Nein, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Show von mir. Und auch noch eine kleine Info. So, in der nächsten Zeit werden vielleicht auch noch FIFA-Videos kommen, da eigentlich FIFA und Black Ops einfach diese zwei Spiele sind, die ich am meisten spiele. Okay. Alter, das kann doch nicht sein. Alter, alter. Alter, 0 zu 2. 0 zu 3. Alter, 0 zu 3. Aber ich habe wenigstens eine Menge Leute getötet. Was kommt denn da runter? Alter. dann bin ich wieder tot der steht immer wieder dort so endlich weg das war wieder dasselbe gegen mich kurz töten hoffentlich ist er noch dort hat sich nicht gleich verpüsst er ist noch dort voll zuvor kommen hier auch noch punkte ich nehme gerne mit alter richtig geil ist der spaß wieder dort da war ja noch voll weit entfernt funktioniert das auch so eine nein als ich wieder diese kacke da verkackt so endlich es leuchtet mal aber nicht allzu heftig es gibt halt einfach üble spieler die übelst gut sind ja und dann kam die schwebeladung ich bin erster mit sonderleistung also übelst gut spiel ich habe ich gerade aber es läuft einfach so und bekomme ein bisschen die abschüsse und dann ich bin es ist es ist es ist es ist vielleicht können Sie lernen wenn es die alter und das war wirklich nicht schlecht muss ich sagen diese frau die steht immer dort das war die die ich gerade getötet habe und die die da immer wieder dorthin ja 27 16 ich hoffe ihr hattet spaß in diesem video das gerne einen daumen nach wenn ihr mehr sehen bis zum nächsten mal